recht herzlich willkommen zur 154 folge von towns ja wir sind wieder im spiel wir haben letztes mal hier noch was ausgewählt nee das war schon ausgewählt aber zum schluss noch geguckt wir sind an der steinmauer hier unten am arbeiten da ist tatsächlich einer hingebaut worden wollen hier gucken dass das lager wieder läuft und ja dann gucken wir weiter so dieses hier hatten wir können wir destroyen den stockpile das soll umgelagert werden irgendwo hat nur grünen schleim wenn es man nicht sogar hier war ja dann können wir es darüber bringen kerzenmäßig könnte auch noch was gebaut werden macht auch keiner gerade ja da können wir noch eine kerze hinsetzen mal gerade schauen dass wir das hinkriegen die ecken her dann passt das ja auch da hat es daneben geklickt so passt dann geht es da auch weiter hier kann noch eine mehr hin die ecke passt ja auch schon das kann dahin die kann anlockt werden und diese ist glaubt auch falsch oder also das sind richtig die kerzen her ja die sind alle richtig das lassen wir so ist ja genug ausgeleuchtet sieht doch schick aus hier unten werden auch dingens gemacht schmauer steine wieder gemacht die wir dann auch brauchen das läuft auch ja dann da der kann eigentlich auch destroyed werden und haben wir da unten mehr von decoration furniture utilities prepared food das wäre alles doof hier das dahin 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 und dahin so meine stockpile das mehr haben wir nicht kupfer haben wir beides gemacht gold haben wir noch nicht da wollen wir nicht sortieren flint liegt da glaube ich auch noch ok dann machen wir das gerade aber nicht war das jetzt der ich glaube ja oder habe ich den gemacht den habe ich gemacht dann machen wir da für den drei gut der sollte noch nichts haben kohle haben wir ich weiß nicht ob wir schon irgendwo silber haben ich glaube das hier ist über das ist flint ok dann brauchen wir da kein flint holz liegt da oben in dem kleinen da machen wir großen raus macht den mensch weg warte mal war der dann der flint ich glaube ja ne flint kommt dann weg silber haben wir silber das die frage glaube nicht dann lass uns einen silber machen was der denn hier der blaue kugeln ok müssen wir dann gucken kunde karawane rein dass wir weiter laufen steine sind ein paar eingebracht wurden aber die anderen liegen alle hier unterwegs irgendwo da kommen rosa stein noch so die stein mit bruder ist hier und da mal ein stein lager ok aber man sieht genau wo sie so lang gelaufen sind dann haben sie hunger gehabt den stein abgelegt oder wie haben sie es gemacht gut dann gehen wir zurück zurück und die karawane glaube gerade gekommen das mal auf mit der hau oder beziehungsweise gerade rein der bringt wir uns hier so tolle holzrüstung mit die wir nicht brauchen das können wir alles selber machen gucken ganz unten ob er irgendwas besonderes hat die beiden wären es aber er will auch nichts haben und ich habe auch kein geld anzubieten also ist das geschichte warte mal dann kann man das auch weg machen dann geht er auch eher glaube ich gut stein ist noch ausgewählt passt schon ja den können wir dann chopp tree und da noch mal ich glaube da ist aber nichts ne nein da geht die wand nebenher hier ist auch passend gut der kleine busch der ist dann über ja steine werden jetzt gemacht erstmal ne die holen sich da alle aus wofür sind die denn zuständig eigentlich hier sind ja schon mal ein paar kerzen hingekommen die leuchtet nicht so weit deswegen ok passt aber auch hier ist gerade irgendwo wieder eine hingepflanzt worden da können wir noch zwei ersetzen da einen hin und da auch einen hin ok entschuldigung anlock die anlockung auch gut passt erstmal wer ist gekommen gute frage muss ein held gewesen sein sind aber auch nur noch zwei helden da werden doch mal schon ganz viele ok das lager wird jetzt voll geräumt natürlich von unten ist klar naja was willst du machen kannst du nichts machen musste so akzeptieren haben wir hier zwei schweine stellen aber irgendwie funktionieren die nicht mit pick oder wild pick ok haben wir die weg gemacht und dann waren da keine mehr oder wie ist das das ist kein wild pick da ist ein wild pick und dann kriegst du nicht weg also ist neben ein bohr da soll das will ich ja nicht ich will ja nicht töten ich will den fangen naja ist der noch da der ist noch da pick and cage auch der drei stück von aber ich habe gar nichts für ihn ich habe auch kein geld leider die ich ja gerne gerne gehabt keine chance die will ja auch nichts haben das nächste ok warte mal da kann man mal steine auswählen und oben drauf schon weiter bauen steine kommen noch weiter läuft ok da ist es oben da war gerade einer der hat gar nichts angehabt da haben wir nichts gemacht das schlecht so angezogen sind die da aber alle was ist hier los bergmann oder hier wärmann ist nur einer da sind ein paar gestorben oder schon wieder bergmann wunderbar hier gibt es genug ist klar hier gibt es aber nur zwei hier gibt es genug da sind auch einige hier holzfäller das passt dann auch schon ich glaube bergmann können wir noch einen mehr reinsetzen wenn der dann hier alles hat ja dauert noch da kommt ein stein wo kommt der hin nach oben ok passt da erstmal ne hier wird auch oben drauf gemacht ist das hier ist das hier zu spät da war knochen der wurde gerade weg transportiert da wurde gerade die kuh gefüttert sehr sozial auch wenn die außerhalb des geheges war da das passt noch nicht das muss mal woanders hingebracht werden ist aber gerade keiner da der es macht ne ist die frage was hier hin muss ich setze da noch einen stein mal da wird aufgeräumt aber hier werden noch keine steine weggenommen die werden noch geholt und da reingelegt 80 und 2 was war das für ein Schengel ich weiß es nicht achso vielleicht muss die erst im haus sein dass die hier angezeigt wird das könnte sein weiß ich aber nicht müssen wir abwarten da wurde gerade einer weggenommen warum kann man nicht diese dann wegnehmen hm schön wäre es gewesen so jetzt ist es 3 und vielleicht ist es auch schon der vierte der da gleich kommt sorry jo wir bringen stein nach dem die steine unterwegs liegen immer noch alle da hat richtig gut geklappt läuft gut mauer wird fertiggestellt ist gar keine frage top 4 3 top 4 3 weiß gar nicht ob da auch noch was ist wahrscheinlich haut er denn weg kann man nicht sehen dass da was verschwindet oder doch kann man sehen jetzt der da noch cut apple busch soweit geht's auch da ist jemand der das nicht macht auch gut machen wir so die beiden ist nur weg die auch ich glaube hier ist keiner mehr wird gemacht das ist das wichtigste hier nochmal was der auch noch zu zurzeit können wir da hoch ich glaube das haben wir durchgezogen ok da kann man noch hoch das heißt der kann auch zu weil man da hoch kann stein für oben stein für oben ja läuft ok ok guck mal hier nochmal das lager ist gleich voll dann können sie hier noch was reinpacken weil das war glaube ich auch steine ne jup wird auch gerade gemacht das genauso haben wir noch zwei lager die wir füllen können wenn die dann voll sind und dieses voll ist dann können wir weiter schauen gut aber ich sag mal für die folge soll es reichen ich bedanke mich recht herzlich fürs zuschauen und würde mich freuen wenn ihr das nächste mal auch wieder mit dabei seid bis dann tschüss